Was genau macht einen Menschen glücklich? Gute Freundinnen mit kulturellen Interessen vielfältigster Art? Einen fantastischen, aufregenden Beruf? Ich studierte alles, was es zu dem Thema gab. Und am Ende ging es nur um eine Frage. Was würde mich wirklich glücklich machen? Wie findet man das Glück, wenn das Schicksal eben nicht so günstig ist? Wir brauchen einen Film. Wir wissen aber nicht, wie er heißt. Also, da kommen diese Typen und die schlagen den Besitzer zusammen. Und dann taucht da eine Frau auf und die sagt ganz merkwürdige Dinge. Wie zum Beispiel, das würde ich an eurer Stelle nicht tun. Das würde ich an eurer Stelle lieber nicht tun. Warum nicht, Schätzchen? Weil ich über euren Boss Bescheid weiß. Wie nennt sie, Paar-Boss? Warum rennt dann deine Frau durch Handeln und erzählt schlimme Sachen? Und darauf hintern die ab. Und ich glaube, das ist ein amerikanischer Film vielleicht aus den 40er Jahren oder so. Das ist doch versteckte Kanau, oder? Bitte nicht schießen! Ich tu exakt das, was du gesagt hast! Ja, hast du denn die scheiß Handwürfe gelöst? Du musst versuchen, uns zu entkommen. Das weiß ich, aber wie macht man das? Warum erleben wir all das, Max? Und warum glaubst du, haben wir uns schon vor 10 Jahren geliebt? Geliebt, geliebt. Hallo? Onkel Hans? Was machst du denn da? Wir wollen dir gerade das Licht ausknipsen. Hey, hey, hey. Kein Grund, ruppig zu werden. Siehst du schon Glück? Glück ist, wenn ihm nichts fehlt. Verschieß die Reifen! Doch nicht unsere! Max, es tut mir so leid. Ich wollte dir nur helfen. Warte, ihr zwei! Ähm, nö! Ja, ich bin noch da. Noch ist richtig. Wirklich! Oh ja! Du heisst. Aber ja, was war das?! Bis zum nächsten Mal! Ich bin nochmal im offers.